975 Gute Morgen und Servus auf dem Kanal, mein Name ist Manuel und heute gehe ich in den heutigen Paar, die seit 6 Uhr rei gesammt, 6. August 2022. Gute Morgen 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 Normalerweise wäre ich schon gleich den Hassler, aber ruhige Bauarbeiten zu Neustach-Krecherchautern auf der Bahnstrecke. Und nochmal mit dem Busfahrer, wie gesehen, ist nebenan jetzt die Bahnstrecke nach Neustach-Krecherchautern. Normalerweise wäre es innerhalb von ca. 20 Minuten in Neustach-Krecherchautern. Frankenstein Weigenthal Magenfels Lammrecht-Tals Neustach-Weinrase-Hauptbahnhof Es geht mit der S1 nach Hassloch-Pfalz Lammrecht-Tals Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der S1 nach Gustavo über Schifferstadt, Guglishafen-Hauptbahnhof und Guglishafen-Mitte. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Hassloch. Und im Hassloch angekommen. Die Zeit nun sind was selbst. Im Heilige Paar angekommen. Im Heilige Paar angekommen. Können Ergo nach малimischiten in den Eckenbecken-Skihaus. Es geht auf Wigy Plesch Jetzt gehen wir auf Leisheikauer. Burg Feigenstein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 LKO geht den Donnern los! Wahnsinn! Das war der Hammer! Sieh mal, wie viele Freunde heute hergekommen sind, Marshall! Das ist wirklich eine Riesentruppe, Chase! Guck mal, Sky ist so aufgeregt, dass sie herumsaust wie verrückt! Ja, ich bin der Fluchhund! Ups, nichts passiert! Tut mir leid, Chase! Schon gut! Du warst nur einfach sehr freundlich! Und heute ist ein toller Tag, um zu zeigen, wie freundlich man sein kann! Denn heute ist... Mit euren Freunden! Mit ihnen reden! Und Leckerlis teilen! Und was ist mit unseren neuen Freunden? Was macht ihr gern mit euren Freunden? Das sind alles tolle Ideen! Hat jemand Spiele spielen gesagt? Was noch? Oh, na klar doch! Tanzen! Ach, ich kenne einen großartigen Tanz! Wir auch! Den Baby-Boogie! Kennt ihr diesen Tanz? Ja! Wirklich? Pfotenstark! Wollt ihr ihn mit uns tanzen? Ja! Aber bevor wir anfangen zu tanzen, wärmen wir uns erstmal auf! Springt jetzt zweimal! Und das Ganze noch einmal von vorne! Habt ihr das alle verstanden? Ja! Ich glaube, wir sind einsatzbereit! Sky, du und Marshall, ihr macht alles vor! Und unsere neuen Freunde können einfach mitmachen! Ich bin schon Feuer und Flamme! Ja! Ich bin der Tanzen! Tanzen! Well-Well-Boogie! Schöne wie du! Ich weiß, du schaffst diesen Tanz auf! Tanzen! Well-Well-Boogie! Schöne wie du! Ich weiß, du schaffst diesen Tanz auf! Du schaffst diesen Tanz auf! Tanzen! Well-Well-Boogie! Freunde! Schön, dass ihr da wart! Die Häuser auf ihr Pfoten legen los! Au-au-au-au! Das war's, ihr Lieben! Das war'm! Das hat Spaß gemacht mit euch! Au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au! Fantastisch! Au-au-au-au-au! Schön, dass du dich schaffst! Wir machen gut! Wir lassen auf euch an! Wir sehen uns wieder! Ja, 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 ja. Abkühlung! Ich hab ein bisschen viel Spaß. Und hier bin ich echt ein paar Heute-Humme vorbei. Denn jetzt geh ich noch mal den Genüse Hacker-Bus gescheuert und kein Klautern Pogger-Hombies. Aus diesem Moment verlasse ich gleich den Tag. Denn hier bin ich ein paar Heute-Humme. Das war wunderbar. Das war wunderbar. Das war wunderbar. Das war's wie kein Heute-Hoppaar. Genüse Hohle-Hoppaar ist am 15. Ake und am Sandische Ake. Die Zeit 18.15 Uhr. Auf Wiederhören! S1 nach Osterbrocken. Jetzt gehen wir mit dem Genüse Hacker-Bus nach. Und kein Klautern. Die Zeit 18.15 Uhr. Das war's so schön. Die Zeitung. Die Zeitung. Die Zeitung. In 19.15 Uhr. Die Zeitung! Im Zeitung! Die Zeitung! In 4000 Uhr. In 18.15 Uhr. Die Zeitung. These are fun. Da, ich bin der Trend. ...weigen Kahn. Kantenstein. Falsch. Oh, Speyer. Es geht, wir haben RE1. Na, sag Röcke, hau die Bahn auf. Das war's, Liga. Viel Spaß beim Anschauen. Die Zeit ist 21.37 Uhr. Auf Wiederhören. Das war's, Liga. Das war's, Liga.